Wir sind hier in der Küche im Uniklinikum St. Pölten. Mit meinen 100 Mitarbeitern produzieren wir ca. 6000 Menüs am Tag. Wir kochen nicht nur für Patienten, auch für Essen auf Räder und Kindergärten. 35 Prozent vom Einkauf kommt von regionalen Lieferanten, 30 Prozent von Bio-Lieferanten. Und dass man ein Gefühl für die Mengen bekommt, die wir voriges Jahr verbraucht haben, so ca. 300.000 Stück Bio-Butter, 200.000 Semmeln, 25 Tonnen Bio-Erdäpfeln und 20.000 Stück Bio-Rindschnitzel.